Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Du siehst gar nicht aus wie ein Mönch, wie ein richtiger Mann Goldmund ist wie ein Vogel im Käfig, er muss hinaus in die Welt Du weißt auch, dass er hier nicht glücklich werden wird Was auch immer du da draußen gesehen hast, gehört nicht hierher Vielleicht gehöre ich auch nicht mehr hierher Meister Niklaus, ich habe eure Maria in der Kathedrale gesehen Ich muss von euch lernen Armut, Gehorsam, Keuschheit, ein Leben lang Es ist meine Bestimmung Lass mich auch küssen Kultmund, was ist denn passiert? Mehr als in ein Leben passt Viel Gutes Und viel Schlechtes erlebt Aber auch große Schönheit Ich habe mich ein Leben lang hinter meinen Büchern versteckt Narziss, dies hier ist deine Bestimmung Du hast immer gesagt, die Welt ist göttlich Dass es keine Antworten gibt Nur große Fragen Ist es nicht mutiger hinaus zu gehen, Fehler zu machen? Damals hast du mich fortgeschickt, weil ich dich mehr liebte als mich selbst Und dann sagen wir uns dann Aufrufen, wie du sagst ese Mal Oh, wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020